Ja Leute, jetzt ruft der Mario Cup. Wie unser super Auto. Rund. Ja, Fahrzeug. Gebärmädel. Ja, Fahrzeug. Ja, Fahrzeug. Aber das Auto kann natürlich nie nur anbieten. Das ist wirklich ein super 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 geil Kader. Aber das Auto kann natürlich nie nur anbieten. Ichipse an der Körbe, koneuv! Das ist doch ein super, Mann! Das ist doch so geil. Ich weiß nicht, dass ein Körbe ist. Ich habe mich nicht dabei gefällt. Ich Create und werde mich sehr gut aufbilden, ich glaube nicht, dass ein Körbe ist. Ich wollte dich nicht so schnell sagen, ich wollte dich nicht mehr verletzen. Das können wir ein. Ah! Ah! Kann man mal nicht mehr. Hä? Ah! Ah! Ja! 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 Geschafft! Geht ja ein Supercar, würde ich sagen. Auf die Strecke war das Schimmer. Ich muss nur sagen, die tut so viel Piste. Hmhm. So. 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 Oh ja, da lacht schon die Katze drauf. So. Jetzt wir kratzen. Immer unsere Hüfte Daisy hier. Mit die Bretter. Was weiß ich jetzt? Das habe ich schon mal genommen, glaube ich. Habe ich jetzt noch mal das Hüfte? Ja. Schokolade hier. Richtig. Schoko. Schoko Power. Schoko Yucata Power. So, mich der Krump jetzt auch. Ja. Das hat sie, glaube ich. Hm. Krump. Krump. Das ist mal das Schöne bei Mario Kart. Dass das mal so Namen hat. So Bekannte. Jetzt kann ich Werbung machen von anderen Namen. Das sind alle präne, habe ich meinen Chechnen gek pathet. Schoko Omega. Soo. Ja. Denn. Das ist mein可愛iger Hallo. 1 Oh, Ferbie. Oh, Ferbie. Oh, Ferbie. Oh, Ferbie. Oh, Ferbie. Oh, Ferbie. Vielleicht haben wir noch. Und holen. Komm da. Ah, ist es nicht. Alter, der Mopsi-Teile hab ich holt. Mopsi. Toller Name für den Charakter. Der mit Nabbit heißt. Naja. So. Ja, eine haben wir noch. Eine schöne Bosa-Level. Nehmen wir mal hier unsere Yucata-Maus. So. Was ist denn? Nehmen wir den Bosa-Level. Den Bosa-Fahrzeug. Auch ein schönes Fahrzeug ist das. Die Dämon-Spiegel. Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding. Die Dämon-Spiegel. So. Jetzt noch richtig schön rückwärts alles. Oh ja, die Dämon-Spiegel. 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 Oh nein! Oh, das war ein Problem. Kann ich nicht sein? Das geht nicht. Ja, damit ist der von mir gespielt worden, ja Mario Cup, ist der Mario Cup überhaupt noch gespielt worden. Ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Video.